Ich spawne direkt nebendran Ja der dauert weniger Leben als der andere Ich weiß nicht, vor dem hab ich irgendwie keinen Respekt Shit Da hängt so nerviges Viech vor mir rum Ich muss dich genau im Fadenkreuz haben, um dich wiederbeleben zu können Geh mir mal einen Muni holen Äh ich hab ein Problem Äh ich mach den Beutel, den Beutel, das Beutelviech halt immer am Arsch Komm schon Ja er ist weg Der Skag ist nur noch da Hat nichts getroppt Nicht? Nope Scheiß Teil Alter, hier gibt's ernsthaft Pistolen, die machen so viel wie meine Anfangssniper Ja Hm, bisschen Waffen wechseln Slack bringt mir jetzt wieder weniger Jetzt geht's los Nico Ja Ja Renn, Alter, renn Wir müssen runter, ist ja klar, wow, fuck Uah, an die Maus gestoßen Ja, ja dann, Alter Mir kam ein Hals gekratzt War das ganz sicher, dass wir runter müssen? Nein Bitte, nee Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken Du wirst sie vernichten, das ist deine Pflicht Dafür Ich hab das Reservat von meinen Leuten bauen lassen Um die volle Verwendung von Slack zu erforschen Da oben ist ein Slack Team Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden Wenn man weiß, wie man es benutzt Hat Slack viele Einsatzmöglichkeiten Alter, tollwütiger Stock Boah, von beiden Seiten Double Rape Boah, Alter, die geben uns grad richtig Surprised Bloodstacks, ne? Joa, ist das Leben Granate Wuuu, erstmal 100.000 damage gemacht Alter Ich bin die Ecke festgeklemmt Ja, Ami gekillt Fliegeviecher Granate Oh, da ist noch eine Egal Egal, 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 egal Egal, egal, egal Boah, das geht halt eiskalt direkt weiter, ne? Joa What the fuck Alter Egal, ein tollwütiger Alter, wie der mich raped Ah, den krieg ich, ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den Ich krieg den Willst du, dass ich mehr sterbe? Weiß das Ne, ich will mehr Erfahrung No Oh no 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 no! Mein ich doch, der macht mega viel damage Verdammt Dakommt der nächste noch einer. Vomitos. Einer der kotzt. Fernkampf Skeks. Zwei Stück. Da kommen jetzt noch ein paar mehr Granate. Du wolltest doch mal Fleischer werden, oder? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Schade, ja dann. Wo bist du eigentlich? Ich kill Hawking Skeks. Ein Super Badass Shock Skeks ist da. Ich sehe es. Ich hebe ihn hoch. Ungefähr jetzt. Oh, ich soll dich trennen. Ein paar Granaten sind bei ihm jetzt gerade explodiert. Das sind zwei. Ich kriege ihn tot. Das heißt, ich kriege jetzt gleich hart auf die Fresse. Lebt wieder. Boah, Alter. Ich lebe ihn hoch. Wuhu. Schmerzen. Komm, der ist weg. Ich habe keinen Shotgun Muni mehr. Der ist weg, der ist weg. Niko. Wo ist der Zweite? Da hinten. Ich habe keine Shotgun Muni mehr. Ja. Und ich spiele fast nicht mit Shotgun. Du hast aber auch nicht geboostet. Ja, stimmt auch wieder. Hinter dir läuft ein Gehorsamer rum. Jetzt nicht. Gehör unter. Ich glaube, ich gucke mal zu und snipe ein wenig. Huooh. Rett auf mich zu. Ach, da kommen normale Leute noch. Ja. Du hast ein anderes Problem. Welches? du stirbst gerade ja also manchmal denke ich echt dass du eine brille brauchst ja ich muss du stehst genau vor mich muss ich exakt im fadenkreuz haben danke erstmal ganzer und jetzt nicht mehr ganzer damit fand ich viel glück kriege ich den vielleicht ja gut ich kriege ihn oder welcher mega viel spaß haben beim nachbearbeiten wieder tot ja gehen an der säule weg gehen an der säule weg wo bist denn du da du siehst mich das ist doch so ein verkackter scherz ich kletter mal wieder weiter geradeaus ne ja das schaffe ich nicht doch schaffst du ernsthaft die 15 prozent merkst du schon kräftig ja nein nein ein schuss hat gefehlt ich hab ihn dauernd auch ist tot er war ja auch nicht schwer wo bist du auf dem weg ich hab noch ein paar freunde hinter mir ich hab noch 24 schuss für den raketenwerfer ok ich hab 14 aber hier ist übrigens ein ding ja ich bring ein paar freunde mit momentan sind es zwei können sich aber noch ein wenig multiplizieren das ist nicht schlecht aber ich finde 10.000 mal neun ist genau gleich viel aber ja das ist schon nice guck ich mal ich glaube ich wechsle meine granate aber die machte mich nur 9000 mal neun wenn die schreie aus dem forschungslabor unternehmen hören sie weg nett sag mal wo gab es mal was habe ich schon auch für normale ein netter geselle ich hab mir gar nicht zurückgeflogen weiß ich nicht wow da ist ein gandlauer vor mir gewesen ja dann mal zurück da macht es jetzt gleich richtig geil vorhin da macht es jetzt gleich richtig geil vorhin da macht es jetzt gleich richtig geil vorhin ich versuche sie nicht das gelände zu verlassen oh der kann da durchlaufen schmerz juli danke ja ein arm ist weg er schießt schmerz hinten dran sind noch normal soldaten ja geil willst du mich holen komm schon dankeschön schon lol ja ich tube jetzt ne runde man sieht wie es klappt ja naja du hast die kleinheit alle getötet du hast die kleinheit alle getötet der arm ist auch kaputt die kleinheit alle getötet der arm ist auch kaputt schrecklich ich hab ihn gleich tot lass ihn mir lass ihn mir können ihn dir komm schon Ich hab gleich 200 Iridium, ne? Nice. Stell mir mal vor, jetzt kommen 5 Stück von denen und wollen die an die Wäsche. Würde ich sagen, Augen zu und durch, ne? Architekten. Niko übrigens, was hier auch ein bisschen am Leben hält, wenn du den ganzen Medikets aufnimmst. Ja, die tu ich immer aufnehmen. Da merkst du... Wusste, das sind Granaten. Boah, was noch? Der war mir hier. Keine Ahnung, der stand auf einmal neben dir und hat aber... Oh, ne. Julian? Was? Guck mal da hinten. Zwei Stück. Ich glaub, die wollen uns diesmal wirklich abfacken. Ich kenne mal kurz den engelhaften Wächter und so. Ich greif den Loader an. Die Loader. Vielleicht kann ich durch die Gitter durchschießen. Aber sie nicht. Ja, ich greif auch praktisch an. Ich mache 44.000er Hits. Ja, Mann, das ist sehr, sehr nice. Ich krieg mal ein paar Granätchen rüber. Ich habe keine Granaten mehr, habe ich gerade gemerkt. Ich komme mal zurück. Du kannst hier in den Kreaturenkäfing verstecken, ist ja klar. Ja. Ich kill wieder die Arme. Ich crit ihn einfach. Aber ich ziehe echt wenig mit Crits. Du musst auf die Gelenke schießen. Zwischenarm schießt 28k. Ja. Alter, bei mir steht... Ah, ok. Arm weg. Ja. Hm. Das ist auf die Innenarm, an allen Seiten vom Arm schießen. Ja. Mach ich. Mach ich schon, mach ich schon. Arm ist weg. Ich bin gleich hinten gewesen. Auf die Lichtiere, kinderzeit. Hier ist das...